hey leute bevor das video startet wollte ich eine kleine info für euch raushauen denn zurzeit läuft auf meinem kanal noch ein gewinnspiel wo ihr eine ps4 gewinnen könnt und ja das gewinnspiel wenn wir zusammen die 1100 abonnenten erreicht haben und ja das gewinnspiel verlinkt ich euch einfach mal in der beschreibung also wenn ihr bock habt könnt ihr da gerne mitmachen und das ganze mal anschauen ich glaube das video geht zwei minuten oder knapp drei minuten ich bin mir jetzt nicht ganz sicher und ja jetzt viel spaß mit dem hauptvideo es geht war laut hannes wieder am start und er wird gibt es wieder ein weiteres kleines live kommentare zu und noch acht abschüsse fehlen dann haben wir alle direkt abschüsse hier mit der waffe fertig dann kommen noch diese anderen aufgaben und dann ist die waffe endlich auf gold bin gespannt wie die waffe auf gold aussieht stimmt richtig nice das ganze ding wahrscheinlich gold sein wird da geht mir jetzt schon beim gedanken einer ab wo sind die gegner oha oha nein ich wollte nicht werfen ich hätte doch lieber irgendwie die waffe draußen lassen sollen da werfen wir mal eine nade da hin da werfen wir mal eine nade da hin ok komm wir pushen mal hier bisschen vor ok teammate nein vereimt digger die gegner hat auch so ein schlechtes aim gehabt ich hätte ihn easy wegholen müssen komm wir gehen dann wenn wir hier außen rum oh ein hitmarker mit der nade auf jeden fall ein schönes ding dass ich ein hitmarker mit einer nade mach nein ich hätte mit der pistol kommen sollen eins zu drei das ist jetzt ziemlich belastend ach man komm lass mich hier hoch so dich hab ich ja natürlich 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 hab ich ihn nicht morgen ach komm duck dich ja 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 immer du 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 schon wieder was das geht mit den Gegner ach Gott der Kampf von hinten natürlich kam er von hinten Digger 4-6 okay das da war irgendwie so war schön man ich habe in die falsche Richtung gesehen ich habe gedacht weil da der spawn ist dass dann da eventuell auch gerade jemand kommt das habe ich wohl falsch gedacht ach Gott nee etwas so schlecht geschmissen okay tschau geh verkaufen geh verkaufen geh verkaufen 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 nein oh man das war gerade so eine schöne Aktion gewesen dann muss der Gegner mir das so versauen man einfach mal random nade werfen kommen kommen haben was man reloaden okay die Runde verlieren wir anscheinend wieder tschüss tschüss immer schön die Secondary verwenden ach ach Gott warum habe ich so in der Luft gebackt alles klar ja nein nein keine Ahnung wo er war okay tschüss tschüss ich guck's mir erst gar nicht an ansonsten will ich wahrscheinlich nur aggressiv nein du reudiger ja das da war jetzt ein scheiße gelaufen aber egal ich hoffe das ganze hat euch trotzdem gefallen falls es euch gefallen hat lasst doch bitte ein ja bis zum nächsten mal haut da rein macht's gut und ciao